Mütters Vorstellungen Posaunenplaudereien und Blechblasen vom Bertl Mütter Mütters Vorstellungen Posaunenplaudereien und Blechblasen vom Bertl Mütter Juni 2010 Zahnweh Ich wollte diesen Text ja hinausschieben, aber es geht nimmer. Seit November beschäftigt es mich, was für ein freundlicher Ausdruck, in Wellen. Seit ich mit dem Blechmusikmachen angefangen habe, wurde mir die Wichtigkeit eines intakten Gebisses fürs Spielen auf verschiedenste Art und Weise anschaulich gemacht. Da hat es den bald nach meinem Eintritt in die Stadtkapelle auf die genellen wechselnmüßenden dritten Posaunisten, nicht zu verwechseln mit der dritte Polizist von Flan O'Brien, Was für ein herrlich absurdes Buch mit den absonderlichsten Theorien über Atomfluss und ähnliche kuriose Phänomene. Es hat diesen dritten Posaunisten eben gegeben, der eben ein neues Gebiss, allerdings ohne jeglichen Ansatz, erhalten hatte. Immerhin, er vermochte die Posaune bereits im Pianissimo knattern zu lassen. Was ihm dann allerdings auch an den Piatti gelang, es musste also doch vom Typ abhängen und Schal, der Name ist der Redaktion bekannt, so wurde er genannt, war dezidiert ein Knatterer. Auch auf der Bratsche im Sinfonieorchester hat man mir erzählt. Und neben mir, am ersten Tenor, hat sich der arme Louis, Name ebenfalls der Redaktion bekannt, mit seinem nicht gerade Tonstabilität und strahlende Höhe gewährenden Vorbiss, am Mundstück festgesaugt. Immerhin lernte ich so instinktiv vom Wegschauen, dass es so eher nicht geht. Zahnweh. Im November ist es losgegangen. Natürlich fern der Heimat. Und selbstverständlich am Wochenende. Wie wenig es doch braucht, dass aus dir wer ganz anderer wird. Nach der antibiotischen Kur inklusive nachhaltiger Irritation der Darmflora haben wir es mit einer Krone probiert. Fein. Und es hat immerhin bis Mitte März gedauert, bis er wieder Mandel gemacht hat, der Zahn. Am Morgen dieses seltsame Gefühl im Mund, und als hätte man Karotten und Kohlrabi gekaut. Eine ganze Knirschnacht. Aber unter entspannten Umständen. Nichts zu benagen, was auf die Seele gedrückt hätte. Und dann, gegen Mittag, die Erkenntnis. Nein! Es ist der Zahn. Du hast Zahnweh. Gedanken umschalten? Zwecklos. Und natürlich wieder am Unzugänglichkeitspol. Mitten im Mittelmeer. Hurra noch einmal. In einer besonders intensiven Aufbauphase, mit etwa 16 Jahren, habe ich es geschafft, durch zu großen Anpressdruck meine Schneidezähne zu verschieben. Sie haben sich dann glücklicherweise wieder von selber eingerichtet, ganz ohne Zahnspange. Ja, so eine Zeit hat es tatsächlich gegeben. Und ich habe mir diese Lektion gemerkt und spiele seitdem fast Druck, nur selten, aber tonlos. Zahnweh. Links oben der Siebener. Ich habe da nichts zu verbergen. Und sollte er doch nicht gerettet werden können, das Operationsergebnis steht zum Redaktionsschluss noch nicht fest, Wofür immerhin eine Quote von etwa 20% spricht, so wird man bei meinem bekannt breiten Lächeln doch nicht ganz nach hinten sehen können. Und Rudi, mein Zahnarzt, würde in dieser dann zahnluckerten Angelegenheit diskret eine Brücke schlagen lassen. Und zugleich bin ich mächtig stolz, handelt es sich bei dem nötigen Eingriff, ein Übergriff ist das, doch um eine mikrochirurgisch sensationelle doppelte Wurzelspitzenresektion. Ich erinnere mich auch der merkwürdigen Freuden eines Studienkollegen, der sich so lange und so intensiv mit allen möglichen Ansatz- und Zahnstellungsproblemen beschäftigte, bis er alle gleichzeitig und nacheinander bekam, so dass er fast zwei Jahre sein Studium unterbrechen müssen konnte, um die viele freie Zeit mit einer sehr gleitsamen Außenspange, beinahe Modell Hannibal Lecter, dazu zu nutzen, die Neuankömmlinge zu beraten. Wie ein Versicherungsvertreter versuchte er jeden, für die verschiedensten Gebiss- und Ansatzdefekte zu begeistern. Auch mich hat er, kurz nur das wahre und ist mein Glück, beraten. Ansatzumstellen von Upstream auf Downstream, weil nur so geht's richtig, ein Instinkt hat mich auch hier davor bewahrt. Außerdem war mein Ton bereits ganz schön saftig, sodass ich eine Ahnung hatte, wie ein Ton, ein Mundstück, ein Instrument schmecken könnte und sollte. Und das war mir wichtiger als die Aussicht auf neue Zungen-Repetitions-Weltrekorde und winkende Sechs-Oktav-Sprünge in lockeren Sechzehnteln. Heute lebe ich von und für meine Musik. Er kennt sich dafür recht gut aus überall und wenn du ihn um Rat fragst, er wird alles wissen. Zahnweh wird schon wieder. Es gibt ja auch gute Mittel gegen den Schmerz, die jetzt immer dabei sind. Den Aufsatz über die allmähliche Verfestigung des Stuhles nach dem Absetzen der Antibiotika erspare ich Ihnen. Es ist aber so und das ist gut so. Bläser müssen entspannt stützen können. Alles wird gut, auch der Ansatz. Es wird wieder im Freien geübt, der Sommer kann kommen, unbeschwert und, in meinem Fall, rund erneuert, sodass wieder mit frischem Biss musiziert wird, heißer. Beim Marschieren aber, auch im langsamen Schritt zu Fronleichnam, passen Sie bitte gut auf. Es lauern nämlich unvermittelte Geländestufen oder Halt-Signale vom Stabführer vorn. Fröhliches Musizieren. Herzlich, Ihr Bertl Mütter Mütter